Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, wir haben leider keine steinbrechende Schokolade mehr. Das heißt, wir müssen unknabber Zeugs heute fleißig werden. Boah, deine Bude ist so ein Labyrinth geworden, ne? Ja, egal. Oh, da läuft wer. Wo? Ich glaube, die laufen vor irgendwas weg, die müssen Angst haben. Ah, die Dänke ist knass. Die bauen da ein Gefängnis, schnell lauft! Ich geh nicht wieder zurück in den Bau. Ja, komm. Ich hab die mal im Leben gelassen, ne? Okay, vielleicht nicht alle. Uh, still! Das war aber ein Fixer-Dudu. Ei, 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 ey, da... Hätte ich aber fast abgestunken, ne? Ja, diese Gegner wird's nicht. So, ein Bässerchen noch. Ähm. Jetzt hab ich... Oh, jetzt hab ich keine Nahrung, kein Trinken, kein gar nix. Jasmin, ich komm doch mal an. Du brauchst mehr Leitern. Ich muss ja immer 100 Meter laufen, bis ich bei dir reinkomme. Irgendwie komisch hier, dass das mal geht und mal nicht. Äh, das liegt immer an den Baublöcken, ne? Der unsichtbare Block. Was für ein unsichtbarer Block? Ich hab doch alle gleich. Ja. Äh. Uh. Äh, ja. Wieso krieg ich den jetzt hier drunter nicht? Naja, muss man wieder gedreht haben. Hä? Äh, das bringt aber nix. Ich weiß, das ist ja noch anders. Achso, äh, ja, Essen, ne? Äh. Das ist ja irgendwie doof. Jetzt krieg ich das hier nicht zu, weil das angeblich nicht geht. Äh. Hä, aber bei einem Stück weiter geht's wieder. Hä? Ach, du, hier unten meinst du? Ja, ich krieg das unten nicht, aber dahinten geht's unten. Hä? Hier geht's auch wieder. Hä? Ja, das soll ich mal nett sein. So, der passt da nicht hin, weil du den so rumgedreht hast. Ich hab die doch alle richtig rum die ganze Zeit. Die ganze Zeit gleich. Hab ja nix. Ähm. Kann ich denn den da jetzt runtersetzen? Ja. Äh. Ist der da gedreht? Ich hab echt nix. So, äh, warte, warte, warte. Äh, äh. Ich nehm mal einen weg, ja? So, aber dann musst du mit denen hier einen nach außen gehen. Leider. Bei der, der andere Kasten, da geht der Block nämlich nach innen. Also, äh, nach unten. So gesehen. Hä? Aber die sind doch alle gleich, oder nicht? Nee, äh, sind Unterschiede drin. So eine, in dem unsichtbaren Block so gesehen. Also, ist das jetzt hier schief? Ist ja auch kacke. Hä? Das ist doch kacke, wenn das schief ist. Ja, gut. Du könntest die ganze Wand neu machen. Welche Wand denn? Dann musst du das, was du, äh, am Kasten hast, musst du wegnehmen. Der Kasten nach innen. Welchen Kasten denn? Du hast doch, vorher hast du doch diesen Gitterkasten gehabt. Ja. Den musst du, da musst du die ganze Seite wegnehmen, damit du die anderen Dinger setzen kannst. Genau, weil ich da jetzt auch schon Beton habe, mache ich das auch, oder was? Ich, ich habe dir nur gesagt, was, äh, theoretisch, möglich, nötig wäre. Ja, wieder mal unter Tage, ne? So, aber diesmal sammle ich nicht so viel Stein. Wir werden nur gucken, dass wir, ähm, genug haben, nochmal ein bisschen Zement herzustellen, ein bisschen was einzuschmelzen. Bruchssand brauchen wir. Ich denke, können wir Kabel, Stone, Beton... Theoretisch bräuchte ich 6000 für Bruchstein und nochmal 6000 zum Einschmelzen, also 12.000 Stein, eigentlich. Aber 6 haben wir noch, dann haben wir... Zement 1 zu 1. Ganz eine coole Frage, ne? So. Wieso willst du eigentlich zu dieser Innenseite dieses Gitter komplett zu haben? Habe ich doch gerade gar nicht. Nein, ich frage jetzt. Weil von der Innenseite wird ja nichts kommen. Deswegen mache ich es ja auch gerade wieder weg. Das ist einfach schöner, finde. Ein Gitter vor dem Gitter, was vor dem Gitter steht. Das finde ich auch schön. Deine Wohnung ist wie ein Mais-Labyrinth, nur aus Gitterstäben. Hm. Ich weiß gar nicht, wie weit ich hier noch in dieser Mine bauen kann, bis die einstöre. Ich sollte vielleicht mal zu einer anderen Ecke gehen. Oh, ich gehe jetzt mal hier rüber. Safety first. Meinst du, wenn du lange genug buddeln würdest, Richtung Ortschaft, kämst du irgendwann an so'n Kanalisationsrohr raus? Hm. Das wäre geil, oder? Mhm. Triffst du die Ninja Turtles, isst mit denen ein Stück Pizza. Eine Ratte verprügelt dich mit eiskalten Kung-Fu. Geil. So. Triffst du zwei. Ach ja. 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 Ich will mein Tool-Digis haben. Ja. Ich brauche Bücher. Mhm. Weißt du was? Bevor ich jetzt hier ewig wieder unter Tage bin. Äh. Aua. Au. Aua. Ich stoße mir immer den Kopf an hier. So. Ein Glück haben wir noch einen Bauhelm, ne? So. Drei, zwei, eins. Go. Ein leerer, grüner Briefkasten. Moin. Er wartet schon wieder, dass er, dass die Eisdiele aufmacht, ne? Ne, der steht doch falsch. Der will wieder zum Barrett's. Jaja, hat ja noch zu, ne? So. Dieser Moment nach einer durchzechten Nacht, wenn man einfach auf der Straße steht und nicht weiß, wo man hinwollte. So. Das sollte erstmal ne Weile reichen. Ähm. Wie hieß nochmal die süße Händlerin hier, äh. Oh. Hab ihren Namen vergessen. Wir müssten eigentlich alles reparieren, ne? Das ist mir doch schon wieder alles zu doof hier, ey. Denn lass es doch einfach. So. Äh. Karte. Händlerin Jen. Da fahre ich jetzt mal hin und gucke mal, ob die ein paar Tool Diges Bücher für mich hat. Und unterwegs könnte ich ja noch die kleine Quest da hinten machen, ne? Äh. Einmal mein Fahrrad. Begib dich zum Sammelboden. Bring die Vorräte zurück. Achso. Ja, stimmt. Die Quest hab ich ja schon gemacht. Oh. Dann gehen wir einmal zu Rack. Bring die Mission weg. Und dann fahren wir einmal zu Jen. Hm. Ganz schön ruhig in der Nachbarschaft, ne? Wir scheinen keine so tollen Nachbarn zu sein. Alle sind weggezogen. Wir sind ganz allein. Oh, Jasmin. Bist du heute nicht gesprächig? Nee. Mich nervt das hier. Dass ich das nicht hinkriege. Ach. Nee. Begib dich zum Sammelpunkt. Ja, natürlich. Ich muss ja die Quest noch machen. So, ich mach die Quest ohne dich, ja? Mhm. Hallo. Sie hat orangene Augen, Jasmin. Das hab ich mein Leben noch nicht gesehen. Komm hier nicht rein. Komm mal hier. Ja. Ja, genau. Er kann wieder durchhauen, ne? Das ist so typisch. Was haben wir denn hier? Ich muss ja eigentlich nur die Vorräte finden, ne? Das heißt, ich muss mich hier gar nicht so durchcampen. Kommt hier runter? Okay. Denn nicht. Schade. Und hier ist nichts drin. Oh. What the? Das war jetzt aber knapp. Da bin ich fast in ein tiefes Loch gefallen. Du, 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 du. Hallo? Aus. Böse Schlange. So. Äh, elf Schittons. Bisschen Bargeld. Oh, Cash. Mann, ey. Wieso krieg ich denn das da schon wieder hin, ey? Man muss ja so machen. Nützt nichts. Oh, hier ist ja noch Müll. Den hab ich gar nicht gesehen. Bädern und Blei, Jasmin. Bädern und Blei. Hier geht's auch nach unten. So. Äh, hier ist noch ein Rucksack drin. Wie komm ich da rein? Einmal durchs Gitter gegriffen. Au, 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 au. Bücher. Und nicht das, was ich haben will. Ja, mal. Guck mal noch, was ich hier habe. Ob ich noch Munition oder so. Hier komm ich da. Trinken hab ich fast gar nichts. Geil. Warum ist das so? Halt, warte. Du hast mich vergessen. Das ist aber auch ein Wirbelwind. Ein Wirbelwind. Wirbel. Komm ich hier wieder hoch? Rommelwirbel. Rommelwirbel, bitte. Ja, ich muss wieder zurücklaufen. Ah, das ist ja ärgerlich hier. So. Äh, Vorräte, wo sind die eigentlich? Unten im Keller, wa? Oh, hier ist ein kaputter Generator. Äh, hier sind auch ein kaputter Mitarbeiter. Okay, ein Schuss. Vielleicht so. Okay. Ah, den Polizisten ging es auch nicht mehr so gut. Das Kinn wackelt. So, aber wie ein Gammelfleischfedern bin ich nicht hier auch. Ist ja nix. Ist im Keller vielleicht der Hauptloot? Entschuldigung, Sir. Ich muss da einmal ran. Da ist ein bisschen Munition. Boah, ein kleiner Haufen Munition mit acht Schrotwimtenpatronen. Aber geil. Der Tag ist gerettet. Ich bin mir so sicher, dass ich hier am Arsch bin. Hallo? Ach, der hat noch zu, ne? Ups. Ah, ne. Ja. Komm, du auch mal rüber. Ja, nur ein Stück ran hier. Kriege ich den in den Käfig gesperrt? So, der ist für die Abholung bereit. Oh, das kann ich lesen. So, haben wir getan. Da ist noch ein Rucksack. So, äh. Ein Kochbuch. Ja, mittlerweile müsste ich schon Stern kriegen, ne? Sterne-Koch. Ach, pappelabapp. Ja, ehrlich jetzt mal. Was ich schon alles gelesen und studiert habe an Büchern. Wann macht denn der Uf hier? Äh, um acht. Äh? Bis beim Händler, oder? Ja. Muss man meine Dings abgeben hier noch. Entweder um acht oder um sechs. Zehn nach sechs, glaube ich. Jetzt. Ja, sag ich doch. Fünf nach sechs. Hat gepiept. Das ist nicht cool. Ach, scheiße. Jetzt habe ich gar nichts mitgenommen. Geld oder so. Äh. So. Alles eine Frage der Einstellung. Ich habe mich schon gewundert, wo die bleiben. Ich habe schon gedacht, da kommt ja gar keiner. Was ist denn los hier? Ist heute Feiertag? Haben die frei? Was ist denn los hier? So. Oh, jetzt ist es noch warm. Äh. Du Ditch ist geil. Äh. Säure kann ich nicht mitnehmen jetzt schon. Oh. Meine Taschen sind gleich voll. Äh. Robotik-Teile wäre wichtig. Oh. Ich will den Stein nicht loswerden. Ja, Schockstarb-Teile. Braucht kein Mensch. Oh. Zweimal Crack-a-Book-Kisten. Passant-Kisten. Oh. Geil. Oh. Geil. Oh. Geschoss-Spitzen. Ja. Pump dir mal das Testosteron rein hier. Oh. Steroide. Oh. Meine Adern. Oh. Mein Gott. Labert dein Bullshit gerade. Das sind keine Adern mehr. Das sind Landkarten auf mein Bizeps. Oh, mich. 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 Oh, oh, endlich Steroide. Mmh. Oh. Ja, es durchströmt meine Adern. Ich muss was kaputt schlagen. Ist da irgendwie einen auf den Kopf gekriegt? Nein, ich bin voll auf einer Bullshit. Hm. Oh. Krass. Diese Energie. Oh. 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 und aus diesem grund dusche ich nur noch mit maschinenreiniger nicht oder jasmin haben wir hier nix mehr sonst außer hier ist noch ein bisschen müll da kommen wir hoch ja ich könnte den generator abbauen aber es geht nicht so dann gehen wir erstmal hoch ne ich wollte ja auch noch zu jen gucken was jen für bücher hat ja jen nach china zur währung ach so deine aufgabe hier ist noch ein quest ja meine wahrscheinlich weil ich kann keine annehmen würde ich die wohl machen müssen war ich kann ja auch nicht annehmen ich muss erst mal meine weg bringen komisch dass ich keine annehmen kann welche besonderen aufträge handelsrouten öffnen was heißt das dann schickt er dich zum nächsten händler 180 180 na ziemlich still heute hier jasmin ist auch nicht gut mit kirsch essen die alte himbeere du bist eine alte himbeere du bist eine alte himbeere Papiereimer Kirschblatt Seerosengestrüpp ich pack die ganz harten geschütze aus hier wenn du kurz vorm weinen bist sag bescheid das möchte ich nicht das möchte ich nicht verantworten oh nein oh gott quats graus wirkt äh was willst du hier was ist denn jetzt hier besser welche knarre äh 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 ich hab keine aufgaben wär cool ist er auch cool ich nehm das äh äh Inventar ne quatsch weißt du was ich brauch dich gar nicht obwohl das kannst du mir nochmal tauschen so äh 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 okay so ich muss erstmal ich muss einmal kurz zu Yen fahren ne ich hab immer noch keinen Aufgang was musst du einmal zu Yen fahren ich bin gleich wieder da Yen hallo hab ich die schon gemarkert ja ähm wo ist mein Bicycle so du alter zuverlässiger Drahtesel ökonomisch mobil abholen soll und has been removed by quest owner du hast deine äh Dings gelöscht ja er hat mir aber nichts angezeigt wusstest du nicht wo du hin musst er hat mir nichts angezeigt allgemein ich hab gar keine Quest gehabt und wie hast du die jetzt abgebrochen beim Händler oder wie er auf den Fragezeichen gedrückt einfach äh Ausrufezeichen der hat mir ja keine gegeben und der hat mir auch nichts angezeigt okay war alles grau okay war alles grau aha jetzt oh oooh war ja klar nein lass mich in Ruhe ähm übrigens die Grenze ist geschlossen ne hm also falls du vor hast mal zu Yen zu fahren die Grenze ist zu was heißt du musst über Wiese fahren nicht über Straße mhm und hier hat grad ein dicker Zombie eingeschissen also können wir meine Quest vielleicht gleich mal machen äh ich bin jetzt unterwegs zu Yen ja wenn du fertig bist ja wenn ich zurück bin können wir sehr gerne deine Quest machen hier ist mir sofern du gute Laune hast na wir machen ja immer nur deine weißt das ist gar nicht wahr na aber hallo ey na aber hi mhm ich hab hier mal äh Vorräte gefunden das ist sehr schön Patrick oh öffnen äh was haben wir denn da das ist toll ja sehr schön oh das freut mich ja schon passt äh ein paar geile Mods äh das würde ich auch noch mitnehmen ja unterschreibe ich mhm so oh leider waren es nicht die Bücher die ich haben wollte aber es waren Bücher drin und eine Nahkampfkiste also die Vorräte waren jetzt gar nicht schlecht muss ich sagen da 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 Luftpost und alles nur weil ich wissen will ob die ein Buch für mich hat die ganzen Strapazen Jasmin dann hat sie es nicht wetten ey ich glaub auch ich würde deine Hand dafür ins Feuer legen dass sie das Buch nicht hat mhm ich leg gleich mal was anderes ins Feuer hihihihihi dafür würde ich deine Hand ins Feuer legen äh wo war die gute denn in der Kirche ne kürcher 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 bei der Rave Disco Beleuchtung ups ja ich hab's getan über ein Altar pali hopp äh rücken alter beste oh mhm also nicht rücken sie hat das beste mhm ja ich hab Bandschein im Vorfall oh beste sollte jeder mal haben voll geil mhm freut mich für dich äh willst du noch Wasserfilter haben? ne ich hab aber ich hab keinen Platz mehr äh soll ich Geschossspitzen nochmal kaufen? hm hat sie Messing ne aber hier Patronenhülsen hat sie auch 140 Stück nehmen wir mal mit äh Glühbirne, Klimaanlage, Dartfalle, Schalter äh Klingenfalle, Generator, Elektrozaun, Pfosten ja möchtest du eine Kerze haben, damit du deine mystischen Rituale halten kannst? ne ok ich hab kein Schießpulver im Inventar, ne jetzt schon äh das du 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 Sachen in die Luft zu jagen ist unser Geschäft und das Geschäft läuft gut wenn es boomt berichten wir darüber in dieser explosiven Ausgabe verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Sprengstoffen brauchen wir nicht, ne hm brauchen wir doch ich weiß das auch nicht wir machen ja eigentlich nicht viel mit Sprengstoff, ne noch nicht vielleicht ja ich ich äh spar erstmal unser Geld, wer weiß was kommt oh du musst die Klinke aufmachen J-Jen hat offen hier kommt rein die ist da hier ich bring euch hin oh die erst kloppen sie wie bekloppt an der Tür weil sie hier unbedingt rein wollen ja und hier lang bitte immer der Hand folgen immer der Hand folgen zusammenbleiben J-Jen ich hab Kundschaft für dich mitgebracht oh hier kann ich gar nicht hin J-Jen ich muss auch hinterm Tresen ich bin auch Verkäufer Schönen guten Tag was kann ich für sie tun eine Kugel kommt sofort in den Kopf ja noch eine ist kein Problem ähm sie beschädigen gerade Privateigentum Sir ich glaube er hat seine letzte Ruhe gefunden so äh cool kann ich ja wieder zurückkommen deine Quest wolltest du machen Jo wie die denn mit 1,1 Kilometer äh hab ich ne Quest angenommen ich glaub die lachen uns alle aus weil wir zu blöd sind für unsere Quests na ist das deine Quest wahrscheinlich da ist die Stadt hm jetzt schwanken wir sind da äh Tatsache wo bist du denn also nicht hier auf jeden Fall wo du hin musst ach ja klar war ich hier rausgegangen ja 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 so äh ich au ich bin jetzt auf dem Weg zu dir hallo habt ihr mein Fahrrad gesehen ich suche mein Fahrrad so haben sie mein Fahrrad gesehen ich glaub das hab ich hier vorne gepackt ne ja nennen sie schon so uuuh ei Jasmin nennt mich ab heute DK nö doch Drift King ich hab gesagt du musst das tun bist du denn schon bei deiner Quest ja ich stehe schon ja ok aber dann musst du looten also ich kann 8 Plätze freimachen aber denn äh mehr ist nicht drin so so hallo home sweet home auf den Weg wieder heim home sweet home beim nächsten Mal gibts Jasmin's Quest auf nächstes mal machen wir Jasmins Quest heute ist die Folge erstmal vorbei wir sehen uns morgen wieder, morgen ist nächstes mal war schön, dass ihr da wart haut rein, bis morgen tschüss